Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Sollen die jetzt auch wieder alle kündigen, oder? Ach, Quatsch, Blödsinn. Du musst ja noch ein paar geben, die die bösen Mädels und Jungs fangen. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch jetzt nicht einfach alles hinschmeißen. Doch, das kann ich ja nicht. Ich kann meinen Job nicht mehr machen. Meine Hand ist kaputt. Ich weiß es und ihr wisst es auch. Also fange ich ein neues Luch an. Ich bin okay damit. Kommt ihr mal eben rein? Ich habe Neuigkeiten. Ich habe mir das Hemd noch mal genauer angesehen. Nein. Es sind keine Blutspritzer drauf, sondern nur Schlieren. Also ich gehe davon aus, dass es während der Tat nicht getragen wurde. Sondern? Es sieht eher danach aus, als hätte sich jemand im Nachhinein die blutigen Hände daran abgewischt. Was ist das hier? Das ist ein kleiner Gummipartikel. Ich weiß noch nicht, woher der stammt. Könnte der von Gummihandschuhen sein? Möglicherweise, ja. Es tut mir leid. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist mein Sohn. Hallo, Eddie? Was? Der Drache? Nein, mein Schatz, keine Sorge, den haben wir besiegt. So, Rajo. Auf deinen letzten erfolgreich gelösten Fall. Die Idee. Ach, Entschuldige, es tut mir leid. Entschuldige, sorry. Heiß. Heiß. Verdammt heiß. Was? Ich spüre meine Hand wieder. Dann Prost.